Die Community hat gesprochen, ihr habt euch zum Erstklug der Terran One von Relativity heute Abend eine Technik-Episode gewünscht. Ja, die erste fast vollständig 3D gedruckte Rakete, die versucht einen Orbit zu erreichen. Ja, und Fun Fact, wenn sie das schafft, wird sie auch die erste Rakete mit Erdgasantrieb sein, der das gelungen ist. Damit würde sie sogar dem Starship von SpaceX zuvorkommen. Ja, das fliegt aktuell mit Methan, aber bei einem Methangehalt im Erdgas von über 90% wollen wir da mal nicht so kleinlich sein. In dem Video heute schauen wir uns die wichtigsten Fakten der Terran One von Relativity und ihre revolutionäre Fertigung an und besprechen ihren Antrieb, damit wir heute Abend, Mittwoch, den 8. März, perfekt auf den Jungfernflug, den Start vorbereitet sind. Der wird live übertragen und ich darf den Start auf Senkrechtstarter auf Deutsch live kommentieren. Großes Lob und vielen Dank an das PR-Team von Relativity. Ja, und am Ende der Episode, da schauen wir uns natürlich noch die nächste Rakete von Relativity an, die vollständig wiederverwendbare Terran R. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Relativity Space wurde 2015 von Tim Ellis und Jordan Nune gegründet, um eine 3D-gedruckte Rakete in einen Orbit zu bringen. Der Hauptsitz von Relativity, der befindet sich in Long Beach, Kalifornien. 2015, da war Ellis noch keine 30 Jahre alt. Er ist der charismatische Mitgründer, den man oft in den Medien sehen kann. Ellis hat Luft- und Raumfahrtechnik studiert und währenddessen Praktika bei Blue Origin gemacht. Nach seinem Abschluss fing er Vollzeit bei Blue Origin an, wo er in der Triebwerksentwicklung dem BI4 und der New Glenn mitgearbeitet hat. Ja, und wo er für die Einführung des Metall-3D-Drucks verantwortlich war. Viel passiert seit der Gründung von Relativity. Mittlerweile hat die Firma mehr als 700 Mitarbeiter und wurde nach zwei Finanzierungsrunden mit über 4 Milliarden US-Dollar bewertet, was Relativity eine Gesamtfinanzierung von 1,3 Milliarden US-Dollar eingebracht haben soll. Das ist in etwa so viel wie der jährliche ESA-Beitrag von Deutschland. Völlig crazy. Mit einem OneWeb-Startvertrag über 1,2 Milliarden US-Dollar konnte Relativity Space sogar schon Flüge mit seiner nächsten Trägerrakete, der Terran A, verkaufen. Und das, bevor die erste Rakete, die Terran One, auch nur ein einziges Mal abgehoben ist. Das wird sich ja dann hoffentlich heute Abend ändern. Vielleicht aber nicht allzu hohe Erwartungen jetzt an den Startversuch. Soweit ich das überblicke, hat es bisher keine privat entwickelte Trägerrakete beim ersten Mal in den Orbit geschafft. Wir drücken aber natürlich trotzdem die Daumen für den Erstflug. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Ganze mit mir auf dem Senkrechtstarter-Livestream anschaut. Los geht's um 18.30 Uhr MEZ. Das Startfenster öffnet um 19 Uhr. Wäre ja wirklich witzig, wenn der ehemalige Blue Ridge-Mitarbeiter Alice mit seinem eigenen Raketen-Startup noch vor Jeff Bezos einen Orbit erreicht. Apropos Copycat. Ein Startup ohne Vision ist ja so etwas ähnliches wie eine Pizza ohne Käse. Die Vision von Relativity mit 3D-gedruckten, wiederverwendbaren Raketen eine Basis auf dem Mars aufzubauen, um die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen, die kommt einem doch dann zumindest bekannt vor. Ja, aber wenn sich das mit dem Mars mal langfristig als eine gute Idee herausstellen sollte, ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn sich nicht nur eine Firma dieser Idee verschrieben hat. Alice sagte dazu selbst in einem Interview, es müssten Dutzende bis Hunderte von Unternehmen inspiriert werden, das Gleiche zu tun, damit es auch im Endeffekt dann klappt. Dass man natürlich mit der Terran One auch dazu beitragen möchte, den Zugang zum Weltraum zu demokratisieren und die Raumfahrtindustrie zu revolutionieren, Ja, das ist dann fast ein Nebenquest. Apropos Vision. Definitiv kein Nebenquest auf Senkrechtstarter versuche ich seit drei Jahren jede Woche aufs Neue, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du mich dabei unterstützen magst, gerne ein Like da lassen und Senkrechtstarter-Videos mit deinen Freunden teilen. Und natürlich der direkteste Weg, Schutzengel werden. Hier wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Bevor wir uns die Terran One genauer ansehen, müssen wir kurz über den 3D-Druck sprechen oder den metallischen 3D-Druck. Über die verschiedenen eingesetzten Verfahren, da könnte man jeweils eigene Technik-Episoden machen. Was alle Verfahren eint, das Auftragen von Material zur Fertigung komplexer Bauteile. Wenn euch das Thema 3D-Druck in der Raumfahrt mehr interessiert und ihr euch dazu eine eigene Technik-Episode wünscht, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Wirklich revolutionär bei Relativity sind die Größen der Bauteile. Um große Komponenten wie Raketentanks und ganze Raumschiffstrukturen dreidimensional aus Metall zu drucken, hat Relativity Space einen 3D-Drucker namens Stargate entwickelt, der nach eigenen Angaben der weit größte 3D-Drucker für Metalle ist. Stargate nutzt bestehende Schweißtechniken, um Metalldraht Schicht für Schicht zu präzisen und komplexen Strukturen zu schmelzen. Endziel ist das Drucken in 3D von mindestens 95% seiner Trägerrakete, einschließlich der Triebwerke. Und das Ganze soll auch schnell gehen. Gesamte Trägerraketen möchte man in 60 Tagen fertigen können. Soweit ist man aber aktuell noch nicht, aber man soll sich ja große Ziele setzen. Das bringt uns jetzt endlich zu den Raketen. Die aktuelle, die auch heute Abend starten soll, das ist die Terran One. Bei der Terran One von Relativity Space handelt es sich um eine Kleinträgerrakete, die dann speziell für die Beförderung von Kleinstatelliten in den Leo oder den sonnensynchronen Orbit konzipiert und entwickelt wurde. Mit 35 Metern Höhe und 2,3 Metern Durchmesser ist sie deutlich größer als die Rocket 3 von Astra mit ihren knapp 12 Metern oder die Elektron von Rocket Lab mit 18 Metern. Jetzt auf ihrem Jungfernflug heute Abend ist sie aber etwas beschnitten, da sie keine Nutzlast transportieren wird, sondern die Nutzlastverkleidung durch eine kleine Nosecone ersetzt wurde. Warum sie das machen, erschließt sich mir nicht so ganz. Mögliche Kunden, die würden sich bestimmt freuen, wenn man eine Nutzlastverkleidung auch auf einem Flug bereits getestet hätte. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Mit über 30 Metern hat die Terran One die gleiche Größenordnung wie die Orbitalraketen der deutschen Raketen-Startups und auch die Nutzlastkapazität, die verfolgen mehrere Kleinträgerprojekte. Mit 1,25 Tonnen Nutzlastkapazität in den Leo, da lässt sich schon gut was anfangen. Die vermarkteten 12 Millionen US-Dollar pro Flug, die scheinen realistisch, aber besonders günstig wäre man dann im Vergleich zu anderen Kleinträgern nicht. Ja, und dass man mit den Rideshare-Kilo-Preisen von SpaceX mit 5.500 Dollar pro Kilo nicht mithalten kann, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das ist aber von den meisten seriösen Kleinträgerfirmen auch nicht der Anspruch. Mehr könnte man den Kunden einen sehr günstigen, dedizierten, also alleinigen Start der Nutzlast bereitstellen. Kommen wir zum Aufbau. Die erste Stufe von der Terran One besteht aus 3D-gedruckten Strukturen wie Treibstofftanks und Zwischenstufe und wird ähnlich zur Folge 9 von neuen, meeresfühlenoptimierten EON-One-Triebwerken angetrieben. In der Oberstufe ist dann ein vakuumoptimiertes EON-One-Triebwerk. Wie die erste Stufe besteht auch die zweite Stufe aus 3D-gedruckten Tanks für den Treibstoff. Beide Stufen haben eine autogene Tankbedrückung, nutzen also die durch die Triebwerke erwärmten gasförmigen Betriebsstoffe für die Tankbedrückung. Ein Nachteil übrigens von RP-1, dass man nicht zur autogenen Tankbedrückung verwenden kann. Also okay, man könnte, aber glaubt mir, das will man nicht. Deshalb bei der Falcon 9 auch Kohlefasertank für Helium zum Tankbedrücken. Ja, und wenn wir schon beim Vergleich zur Falcon 9 sind, ähnlich wie dort nennt Relativity die vakuumoptimierte Version der EON-Triebwerke richtig EON-Weg. Das wird dann mit einer Düsengeometrie für den Einsatz im Vakuum ausgestattet sein, die es erlaubt, den Druck und die Temperatur aus der Brennkamera noch einen Tick besser zu nutzen, um darauf es Vortrieb zu erzeugen. Das EON-One-Triebwerk ist für einen Schub von grob 10 Tonnen auf Meereshöhe und 11 Tonnen im Vakuum ausgelegt. Das Triebwerk wird mit Flüssigerdgas, kurz LNG, und flüssigem Sauerstoff, kurz LOX, betrieben und setzt wie die Falcon 9 auf den offenen Gasgeneratorzyklus. Genau wie die Tanks von Terran-One ist der Großteil des EON-One-Triebwerks in 3D gedruckt, was gerade für die Kühlkanäle und Einspritzung der Betriebsstoffe eine coole Sache ist. Durch das 3D-Drucken kann man ja ziemlich abgefahrene Strukturen und hohle Bauteile aus einem Stück fertigen. Ja, und bei mehreren tausend Grad in einer Brennkammer ist es eine ziemlich coole Idee, den Treibstoff zur regenerativen Kühlung der Brennkammerwand zu verwenden. Ja, 3D-Druck ist ja das große Thema von Relativity, wobei das erste 3D-gedruckte Triebwerk, das einen Orbit erreicht hat, ja das Rutherford von Rocket Lab ist. Meines Wissens gibt es aktuell kein Raketen-Startup, das seine Triebwerke nicht wie Rocket Lab im selektiven Lasersinterverfahren 3D druckt, aber das werde ich nochmal recherchieren. Das EON-One soll aus weniger als 100 Teilen zusammengesetzt sein und laut Relativity bereits über 2000 Mal Test gefeuert worden sein. Beachtliche Statistik, ich finde ja jedes Raketentriebwerk cool, aber besonders spannend natürlich, dass Relativity auf Flüssigerdgas setzt, besser bekannt unter dem Schlagwort LNG. Die Terran-One, die heute Abend zum ersten Mal fliegen soll, wird aktuell also von 10 EON-One-Triebwerken angetrieben, wobei Relativity bereits an der nächsten Triebwerksgeneration arbeitet, an dem EON-R, das so schubstark ist, dass ein einzelnes die Terran-One antreiben könnte, also auch in der ersten Stufe. Und das bringt uns zur nächsten Rakete von Relativity, für die dieses Triebwerk entwickelt wird, der vollständig wiederverwendbaren Terran-A. Die Terran-A-Rakete von Relativity Space soll aufbauend auf der Terran-One bahnbrechende Neuerungen im Bereich der Raumfahrttechnologie etablieren. Im Amerikanischen muss natürlich alles einen Tick großspuriger sein, mit weniger als der Ankündigung einer Revolution bekommst du da ja sonst keine Investoren im Pitch überzeugt. Aber ich schweife ab, sie wäre dann definitiv die erste vollständige wiederverwendbare, komplett im 3D-Druckverfahren hergestellte Rakete. Und falls das mit dem Starship mit SpaceX nicht klappen sollte, vielleicht ja sogar generell die erste. Allerdings, wirklich glauben kann ich das aktuell eher nicht, auch wenn es noch nicht fliegt, die werden das schon früher oder später bei SpaceX mit dem Starship hinbekommen, denke ich. Auch die Terran-A soll wie das Starship eine zweistufige Dreherrakete werden, jedoch mit voraussichtlich 66 Metern Höhe und 5,5 Metern im Durchmesser deutlich kleiner als das Starship, aber auch deutlich größer als die Terran-1. Sie soll als mittelschwere Trägerrakete in der Lage sein, mehr als 20 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern. Und das natürlich im besten Fall vollständig wiederverwendbar. Damit würde man dann auch schon im Markt der Schwerlastraketen wildern, aber auch deutlich leistungsfähiger sein als die Falcon 9, wenn der Falcon Booster wiederverwendet werden soll. Da ist SpaceX ja aktuell bei 16, 17 Tonnen bei seinen Starlink-Starts. Dafür braucht die Terran-A ein etwas potenteres Triebwerk als das aktuelle Eon-1, Das A&R-Triebwerk wird derzeit entwickelt, um einen Schub von deutlich über 110 Tonnen Schub zu erzeugen. Relativity Space bewirbt das Ganze wie folgt. Die Terran-A-Rakete ist für Satellitenstarts der nächsten Generation und für multiplanetaren Transport konzipiert und bietet sowohl kommerziellen als auch staatlichen Kunden einen erschwinglichen Zugang zum Weltraum, in den Leo und sogar auch darüber hinaus. Die Terran-A soll ab 2024 von Cape Canaveral ausstarten und soll dann den Kunden schließlich Punkt-zu-Punkt der Raumfrachter-Missionen bieten, die sich sogar für Missionen zwischen Erde, Mond und Mars eignen. Laut CNBC sagt der Firmengründer Tim Ellis, die wiederverwendbare Terran-A ist eine offensichtliche Weiterentwicklung der Terran-1. Es wäre so Ellis die gleiche Architektur, die gleichen Treibstoffe, die gleiche Fabrik, die gleichen 3D-Drucker, die gleiche Avionik und das gleiche Team, was schon die Terran-1 entwickelt hat. Ellis sei schon immer ein großer Fan der Wiederverwendbarkeit gewesen und wie immer man auch die Sache betrachtet, selbst mit 3D-Druck, Kostensenkung und zunehmender Automatisierung der Fertigung einer Trägerrakete, die Wiederverwendbarkeit, die muss Teil dieser Zukunft sein. An die europäischen Institutionen hier mal bitte kurz mitschreiben. Relativity bewirbt die Terran-A außer mit der vollständigen Wiederverwendung noch mit den Dingen, die wir schon von der Terran-1 kennen, also dass sie mithilfe von 3D-Druck, künstlicher Intelligenz und autonomer Robotik in der Fabrik der Zukunft hergestellt wird. Das klingt für mich alles etwas nach Industrie 4.0 Buzzwords, was aber ja nichts Schlechtes sein muss. Die Terran-A soll weiter von der Natur inspiriert sein und verfügt über einzigartige aerodynamische Eigenschaften mit algorithmisch generierter und optimierter Struktur. Das heißt, die Struktur soll zum Beispiel lastgerecht eher wie gewachsen anmuten. Auch die Terran-A soll zu mehr als 90% durch additive Fertigung hergestellt werden können. Laut Relativity Space will man auch die Terran-A innerhalb von 60 Tagen aus Rohmaterial herstellen können. Als Zielgröße soll nur ein Hundertstel der Menge an Teilen verwendet werden, wie bei herkömmlichen Raketen. Das sind alles schon ganz schöne Ansagen. Auch wenn wenig technische Details bekannt sind, oder noch, kann man zusammenfassend durchaus sagen, die Terran-A-Rakete, wie sie aktuell von Relativity Space vermarktet wird, wäre eine bahnbrechende Rakete und bahnbrechendes Konzept, das sich nicht hinter dem Starship von SpaceX verstecken müsste. Sie fällt etwas kleiner aus, aber das könnte sich als echter Vorteil gegenüber dem Starship erweisen. Das Starship muss ja ausgelastet werden, um wirklich seine Kostenvorteile ausspielen zu können und vor allem seine horrenden Entwicklungskosten einzuspielen. Ich sage nicht, SpaceX könnte das nicht schaffen, aber wie so oft geht Elon Musk auf volles Risiko. Wenn einer der Dominosteine wackeln sollte, könnte das für SpaceX sehr schmerzhaft werden. Die Terran-A, so revolutionär sie geplant ist, zielt eher auf die aktuellen Nutzlastgrößen und will diese dann mit den Vorteilen der vollständigen Wiederverwendbarkeit lukrativ bedienen. Klingt alles super cool, aber erst wenn Relativity gezeigt hat, dass sie die Terran 1 zuverlässig und regelmäßig betreiben können, lässt sich meiner Meinung nach einigermaßen seriös einschätzen, ob die das mit der Terran-A hinbekommen können. Geil wäre es und es wird höchste Zeit, dass die Firma mit dem X im Namen mal ernsternehmende Konkurrenz bekommt. Jetzt wünschen wir Relativity Space erstmal mit dem Erstklug der Terran 1 alles Gute. Ja, dir hat es wieder gefallen? Dann Like nicht vergessen. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und meinen Livestream zum Terran 1-Start, den findest du hier. Ob per Hand geschweißt oder im 3D-Druck, ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, glaub mir, der wird kommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sinnreich bleiben. Dein Mo.